So einen Markt hatte ich noch nie gesehen. Man konnte fast alles kaufen. Aber Bourbon schuldete den Wachen der Hanse Geld und wollte schnell weg. Sofort die Waffen wegstecken! Wer sind sie? Ins Licht kommen! Langsam, langsam! Ich will verdammt sein! Es ist Bourbon! Hey, Leute! Die beiden sollten wir besser durchsuchen. Und, alter Softbolt, was hast du dieses Mal dabei? Und wer ist dieser Junge? Schau mal, Chef. Ich bin sicher, dass wir klarkommen. Ja, sicher. Komm, lass uns ein wenig reden. Und du hältst dein Auge auf den da. Nicht bewegen! Ich bewege mich trotzdem. Still gestanden! Ich renne mit dir! Guck mal, ich stehe ganz still. La 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 la. Hui! Was willst du jetzt machen? Willst du mich abknallen? Hui! Hui! Okay. Die beiden können durch. Wir kommen auf den Markt. Lass uns gehen, oder möchtest du ihre Gesellschaft noch länger ertragen? Hey! Einen anderen Tonfall gefälligst! Wir stecken tief in der Scheiße. Keine Chance, dass ich diese Wagenjungs auszahlen kann. Wir können von Glück sagen, wenn sie uns für den Rest unserer Tage scheiße schaffen lassen. Die verkohlten Körper der Opfer. Ein Albtraum. Munition, Munition. Warte, hier ist doch mal... Ich weiss, dass hier Munition ist, hier. Genau. Und ein Wagen und Fender aufgefüllt hat. Falls mich jemand hört, bitte antworten. Hier ist Moskau. U-Bahn-Station Marke. Wie ist es mit etwas Monschein? Zu welchem Anlass? Mein Sohn hat seine Mönchel mitgerufen. Gliedwurs. War es Mama oder Papa? So, und hier ist irgendwo noch eine gute... Ja, hier. Wir haben einen Späckchen. Ich bin ein paar Frauen, erzähle ich dir von den Jägern. Mama, gib mir keine. Erzählen Sie es mir doch so. Und schon, lass dir etwas einfallen. Dafür bin ich zu hungrig, nicht in der Stimmung, Geschichten zu erzählen. Sagen Sie mir einfach, worum es dabei geht. Ich frage meine Mama, ob sie ein Sandwich macht. Es geht um die drei Jäger, die zur Polischajewskaya gingen. Bevor oder nachdem sie ausgelöscht wurde? Danach, natürlich. Und? Was ist passiert? Sie fanden heraus, dass sie von niemandem angegriffen worden waren. Es war nur der Fürst der Tunnels, der dafür gesorgt hatte, dass alle sich gegenseitig umbrachten. Wow! Das ist cool! Jetzt hol mir das Sandwich! Wofür? Ich weiß doch bereits alles. Du Mist, girl! Hör uns ehrlich, geiziges kleines Stück Scheiße. Ich bin sozial. Ich glaub, ich glaub, ich... Ich... Dreh durch! Ah, friss Moni. Vielen Dank. Vielen Dank! Bin ich nicht sozial. Das ist so wie dieses kleine Pizzakind. Was darfst du also? Filter kaufen genau. Da ist also dieser beste Wechselkurs in der ganzen Zeit, wo einzelne Reisende oft verschwinden. Abgemacht! Wie auch immer! Kommen zu! Werfen Sie Ihren Schrott weg! Der ist für Babys! Ehrlich gesagt. Er will's für später auch. Man kann sich nicht verlaufen. Dann fragen Sie mich! Auch. Dieses Kaliber haben Sie lief. Ist alleine zu gehen. Und verschwindet wie ein Geist. Die Stockersagen. Du und der mit ihm. Die Sterne auf dem Tugeln. Noch nicht Moni oder so. Ich bin ziemlich sicher. Einbruch. Und du kannst nicht mehr weg. Nein, irgendwie nicht. Jetzt stecke ich hier fest. Was gibt's denn? Ach Gott, da nicht. Hat auch hier. Ratten sind voll süß. Also ich habe hier mit einem Typen etwas ausgemacht. Er ist ein gieriges Arschloch, aber daran können wir nichts ändern. Gut, also gehen wir. Ich denke, du kennst den Weg bereits. Was passiert sein muss. Der Waffe hatte bereits alle darin angefasst. Und wunderte im Umkreis noch dazu. So steht der Kreml heute also immer noch hinter deiner Mauer. Böbel? Als wenn du es nicht wüsstest. Halt die Klappe und verschwinde. Ich habe bereits gezahlt, Micha. Mich hast du nicht bezahlt. Aber wenn du nicht durch willst. Scheiße. Ist mir ein Vergnügen, Geschäfte mit dir zu machen. Schon gut, schon gut. War nur ein Scherz. Alle bereit machen. Das Tor öffnet sich. Sind Sie sicher, Kommandant? Stellung einnehmen. Gebt mir Deckung. Verdammt. Ich hasse das so sehr. Hier ist die Moskauer Metro. Ende. Hört mich jemand? Willst du antworten? Falls mich jemand hört. Na, sieh du ruhig aus. Die Luft ist rein. Die Luft. Falls mich jemand hört. Danke. Viel Glück, Leute. You müssen hier weg. Du brauchst anhalten. Böben, anhalten. Schnappt sie euch. Bewe-